Hallo und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Wir haben immer noch die eine und wahre Mission, nämlich 5 Sterne zu machen. Wir haben bald unseren 4. und ich habe auch schon genau die Idee, wie wir unseren 4. bekommen können. Denn wir haben letzte Folge den Dracorex freigeschaltet und ich bin sehr gespannt, ob der uns den 4. Stern letztendlich bringen wird. Perfekt, er ist fertig und kann freigelassen werden. Zeig dich der Welt, mein lieber Dracorex. Ach gös, der süß. Und so klein, so unschuldig. Und irgendwann fängt er auch an Ranger wagen, um durch die Luft zu schmeißen. Genauso wie der Triceratops letzte Folge. Naja, aber gefällt mir echt gut. Und was wir natürlich machen, wie bei den anderen Dinosauriern, sind die anderen Farben auszuprobieren. So, wir haben wahrscheinlich hier wieder jagen. Ah, wir haben das Savannenmuster bei dem Nid freigeschaltet. Ei, okay, gut. Aber wir können das Alpinmuster auf den anwenden. Schauen wir uns das doch mal an. Oder hat ein Gebäude keinen Strom? Da müssen wir uns sofort drum kümmern. Ist sehr dunkel, ne? Also das Alpinmuster ist mehr so gründunkel, habe ich das Gefühl, generell. Das Wüstenmuster geht ja eher so ins Hellere. Bei manchen. Beziehungsweise, ne, das Wüstenmuster war teilweise, war das Dunkle, ne? Das Savannenmuster war das, was ins Helle geht beim Strontiumimus und so. Also, na egal. Wir haben auf jeden Fall noch einen zu machen, einen Dracorex. Nämlich einen mit dem Wüstenmuster. Kannst kaum erwarten, den zu sehen. Und jetzt widmen wir uns doch mal dem Gebäude, das angeblich keinen Strom hat. Okay, was geht jetzt ab? Wow, wir haben die Hauptinsel freigeschaltet. Woher kommt denn das jetzt? Ah, das ist dieser, das ist der Sandbox-Modus. Da kann man quasi so bauen wie bei Genesis. Bei Genesis gab es ja keine Kampagne. Und die Isla Nubla ist quasi so diese Insel wie bei, die Hauptinsel, die man bei Genesis baut. Man kann bauen, wie man will. Hat keine Aufträge, die man erfüllen muss und alles. Aber wir bleiben fürs Erste jetzt mal hier. Wir müssen nämlich hier noch einen Job zu Ende bringen. Benutzen Sie ein ACU-Transport-Team, um mindestens zwei Triceratops-Exemplare zu verkaufen. Okay, wie kann ich das machen? Wo sind denn die Triceratops? Hier. Zeig mal. Ja, ich würde gern eher hier. Sind das so Befehle, die man machen kann? Nee, hier ist nix. Nee, irgendwie ist da nichts. Wo ist denn das ACU-Dingens? Hier. Das Transport-Team war es, oder? Kannst du das Transport-Team gewesen sein? Nein. Dann den ACU-Helikopter vielleicht. Aufgabe hinzufügen. Nee, der kann nur Dinosaurier betäuben. Doch, laut der Mission müssen wir das Ganze hier, das Transport-Team. Transportieren oder verkaufen. Sie betäubt. Ach, die Dinosaurier müssen erst betäubt werden. Gut, dass ich das nicht wusste vorher. Aber jetzt wissen wir es. So, Aufgabe hinzufügen. Zwei Triceratops betäuben. Oder ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Triceratops ist. Dich und dich. Ich hoffe, da war der Aggressive dabei. Weil ich habe keine Lust, beim nächsten Ranger-Einsatz wieder weggeräumt zu werden. Das fand ich nicht sehr toll. Du hast keinen Strom. Warum hast du denn keinen Strom? Ach, da... Ah, lol. Habe ich dich da hingebaut, wo kein Strom ist? Oh, das ist mies. Ja. Das war irgendwie nicht so intelligent. Kriegen wir... Ja, komm. Ich kriege es irgendwie doch gerade. Ja, hier. Verbinden. Nice. Jetzt hat alles Strom. So, die Triceratops schlafen. Dann können wir die ja jetzt mal verkaufen. Uh, wir haben... Nice. Das gefallene Königsteilabend. Wir haben Rufbelohnungen bekommen. Schön. Ähm... Ah, mit R kann ich Dinosaurier verkaufen. Gut. Ähm... Ja, ich möchte den Triceratops verkaufen. Und den möchte ich auch verkaufen. Tschüss. Ah, da kommt ja perfekt schon... Oh, gut, sogar zwei. Nice. Ähm... Ja, was war das jetzt? Wir haben einen neuen Dinosaurier bekommen. Wo? Zeig mal die Expeditionskarte. Wie hieß der? Hier. Das gefallene Königreich. Ein Gegenstand verfügbar. Gewährt Zugang zu Sino... Ah, das müssen wir erst upgraden. Damit wir zu den Fossilien kommen. Da werden unsere zwei Triceratops weggetragen. Ich werde euch vermissen. Aber es sei denn, da ist der drunter, der uns weggehauen hat. Gut. Ähm... Ganz wichtig ist, den haben wir jetzt abgeschlossen, die Unterhaltung mit Isaac Clement. Jetzt müssen wir Sicherheit und Wissenschaft auf 100 Prozent... Also, was heißt auf 100 Prozent? Die ganzen Missionen abfüllen. Äh, erfüllen. Nicht abfüllen. Gut, neuer Auftrag hier. Neuer Auftrag anfordern. Wir wollten die Wissenschaft zuerst machen. Damit der Rest schneller geht. Modifizieren Sie einen Entmontosaurus mit einer Belastbarkeitseigenschaft von mindestens 39 und lassen Sie ihn frei. Nichts leichter als das. Aber... Wir haben unseren neuen Dinosaurier gerade eben freigeschaltet. Und... Ich würde ihn gerne holen. Allerdings weiß ich nicht so genau, wo er ist. Wo der Dracoryx ist gestorben. Ah, hier. Da ist der neue, ne? Hier. Der Sinuceratops. Der Sinuceratops kostet 60.000. Ist der... Gibt's den nur da? Scheinbar schon. Hier gibt's ja... Hier... Ne, hier ist kein Sinuceratops. Gut. Ähm... Dann müssen wir das hier aussondern und einen neuen Dinosaurier ausbrüten lassen. Hier. Ausbrüten. Und dann können wir auch gerade mal im zweiten Brotkasten den... Entmontosaurus. Belastbarkeit. Was für eine Belastbarkeit? 39. Alter. Perfekt. Nehmen wir das doch. Direkt auch mal ausbrüten. Wir können natürlich auch noch einen neuen Forschungspunkt verteilen. Ich bin dafür... Wir geben mal Gehege. Hier elektrische Zäune. Das kann man ja schnell machen. Das Sabotagerisiko bei den anderen zwei ist gerade von niedrig auf hoch gesprungen. Das heißt, wir müssen vielleicht auch noch eine Mission von dem machen. Ich hab nämlich keine Lust, dass irgendwie die Sicherheitszäune ausfallen oder so. Oder sowas. Aber wir können gleich erst einen neuen Auftrag annehmen. Das ist mies. Stellt euch mal vor, hier würde einfach der Zaun aufgehen. Und... Einfach... Drei Ceratosauren. Den kompletten... Die... Alter, die haben da ein Buffet für die Ceratosauren. Ah, perfekt. Wunderbar. Sogar beide gleich freigelassen. Nice. Wunderbar. So, zeig uns mal deine Farben. Ja, das Wüstenmuster... Das ist das Wüstenmuster, das hell an... Das, äh... So hell ist, ne? Finde ich super. Perfekt, was haben wir jetzt? Ah, wir haben die Fossilien gefunden von dem neuen Dinosaurier. Nice. Ähm... So, Dinosaurier freilassen. Montosaurus direkt hinterher. Was für Fossilien haben wir denn bekommen? Okay, hier können wir was verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Uh, gewinnen. Nice. Und sogar Bärenstein. Gewinnen. Herr damit. Ich will den neuen Dinosaurier haben. Gut. Der Sabotage... Das Sabotage-Risiko hier ist jetzt mittlerweile gesunken. Das heißt, wir müssen das Sabotage-Risiko... Weil... Sabotage im Gang. Oh, ich hab's doch befürchtet. Schnell noch ein Auf... Oh, meine Fresse. Die Zäune sind zu. Äh... Was geht denn jetzt? Hilfe, neue Staaten. Ja, wir hätten gerne einen Sicherheitsauftrag. Äh, bauen, verbinden sie und mit Strom... Sturmwerb... Äh, okay. Was geht jetzt ab? Ranger-Station, neue Staaten. Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit für eine reduzierte Leistung aufgewerteter Kraftwerke. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen und dazu führen, dass Gehegetore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Wählen sie eher in eine Ranger-Station aus, ordnen sie einen Neustartauftrag an, um die Funktion eines Gebäudes wiederherzustellen. Ähm... Wo ist denn das Gebäude? Da, hier, du. Warum kann ich den denn nicht? Ja, Ranger. Ranger-Station. Neue Aufgabe. Warum kann ich dem denn keine Aufgabe? Oh lol, die... Ich kann ihm keine Aufgabe zuteilen, weil die Ranger-Station auch ausgefallen ist. Oh mein Gott. Das ist ja behindert. Ähm... Ja, was machen wir jetzt? Ich hab mir eine bessere Idee. Wir reißen das gute Ding einfach ab. Ja. Das hab ich mir... Das hab ich nämlich schon gehofft, dass das passiert. Und baue einfach ein neues kleines Kraftwerk. Schön hier hin. Das verbinde ich dann hier mit. Dann hat alles Strom. Perfekt. Und dann braucht das Ganze nur noch einen Weg. Und dann sind wir wieder fein raus aus dem Ganzen. Wunderbar. Das Sabotagerisiko ist wieder niedrig. Dann können wir uns jetzt langsam drauf konzentrieren, dass wir die Missionen hier wieder weitermachen. Wo wir grad dabei sind bei Missionen, weil wir müssen... Uh, wir müssen immer halt noch den vierten Stern bekommen, ne? ...brauchen wir wieder hier. Der Dinosaurier. Dinosaurier sind in der Regel immer gut für Sterne. Und wir können noch einen neuen Forschungspunkt verteilen. Hier bei Gebäude-Upgrades. Was haben wir denn? Wir können bei der ECU noch was machen. Was ist das hier? Ja, Treffsicherheit. Ja. Die Leute treffen so wenig, dann können wir da ruhig mal investieren. So oft wird die immer vorbeischießen, wenn die irgendwas betäuben sollen oder sowas. Ah, wundervoll. Da kommen die letzten Exemplare des Genoms, die wir benötigen. Hm, perfekt. Wo ist er? Da. Der Sinoceratops. Genom modif... Nein, ich will das Genom noch nicht modifizieren. Erstmal normal ausbrüten, bitte sehr. Dann zeig dich doch mal den Leuten da draußen, mein kleiner Freund. Sieht doch nach einem prächtigen Tier aus, oder? Irgendwie sieht er ein bisschen traurig aus, ne? Guckst du nach unten. Ja, schrei du dich mal aus, Kumpel. Hier, nur noch das Alpin-Muster. Okay, das wenden wir mal an. Und dann hätte ich gerne den neuen Sinoceratops mal gebreedet. Äh, unser Zaun ist defekt. Wo ist unser Zaun-Deffekt? Oh nein, der Dracorex versucht auszubrechen. Ähm. Können wir die Ranger irgendwie? Hier, Ranger-Station. Ranger-Team. Äh, Aufgabe hinzufügen. Das Zaun können wir gleich reparieren. Was mit dem Dracorex? Ah. Okay. Die Dracorex sind, äh, betäubt worden vom Helikopter. Nein, der Dracorex ist ausgebrochen. Die Dracorex sind ausgebrochen. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Aufgaben hinzufügen. Nein, 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 nein. Du sollst nicht, du sollst nicht reparieren. Mach's weg. Lösch den. Lösch den auch. Wir müssen ganz schnell Aufgabe hinzufügen. So, wo ist der Dracorex? Hier. Kannst du den nicht betäuben? Äh? Hallo, warum? Warum macht das Fahrzeug nichts? Warum macht das Fahrzeug? Warum kann ich den Dracorex nicht betäuben lassen? Ah lol, das müssen... Oh, ich bin doch so dumm. Nein. Meine Güte. Ich bin doch so dumm. Das muss der Heli machen. Ich Vollidiot. Nein. Nein. Die ganze schöne Arbeit mit den schönen vielen Sternen. Die sind alle weg. Oh, nur weil ich so dumm war. Aber jemand sollte mal dringend diesen Zaun noch reparieren. Ganz, ganz dringend vielleicht. Ja, hier Zaun reparieren. Danach kann's aufführen gehen. So, nehmen wir mal den Dracorex. Den wir schon haben. Und stellen den mal da hin. So, wo ist der andere Dracorex? Warum sehen die denn aus? Die Geborgenheit ist halt so mies bei denen, ne? Weiß man nicht, wieso. Aber dann müssen wir was drum machen. Gut, dann war ja zum Schluss ja doch nochmal einmal ganz schön das Chaos los. Ich würde aber behaupten, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Auch wenn wir hier einen kleinen Rückschlag jetzt erreicht haben. Aber die Sterne haben sich wieder gut aufgefüllt, muss man sagen. Das ging ja ziemlich schnell. Ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir dann nächste Folge die 5 Sterne erreichen können und zur neuen Insel aufbrechen. Ich hoffe, wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020